Hallo Herr Weimann, ich bedanke mich für die Einladung und würde gerne das Ampelmann kennenlernen. Vielen Dank, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind, Herr Frank. Hier im Ampelmann-Restaurant wird gerade frisches Brot geschnitten, das wir selbst backen. Wir haben eine offene Küche, die Gäste dürfen die Küche betreten. Es ist sogar erwünscht, dass sie sich alles ansehen. Wir haben eine Lounge, wo die Gäste in aller Ruhe trinken können, Weine, Tee, Spezialitäten. Eine riesengroße Terrasse über 300 Plätze im Sommer, direkt an der Museumsinsel. Ein toller Blut. Der Spree, Schwerpunkt bei uns, italienische Küche, frische Pizzen, Pasta, Fischfleisch, Bioprodukte werden bei uns verwendet. Und Ihre Gäste international? International, als auch Berliner Publikum, querbeet vom Studenten, über Professoren. Jungen, Alt, vom Heressen. Fühlen sich bei uns wohl. Ich bedanke mich für die Einladung, dass ich das Ampelmann kennenlernen durfte und freue mich, heute mal aus dem Ampelmann berichtet zu haben.